Ein riesiges Servus geht raus an alle Kryptowährungsbegeisterten Menschen und besonders an alle diejenigen, die sich für WeChain, Ripple und Ethereum interessieren. Heute mal ein etwas abgewandeltes Video. Normalerweise kennt ihr Formate wie Ripple News oder Cardano News, heute aber etwas anders, weil ich anstatt von einer Währung von gleich dreien sprechen werde. In der Welt der Kryptowährungen ist einiges passiert. Drei der namenhaftesten Kryptowährungen haben neue Partnerschaften abgeschlossen. Mit den drei Kryptowährungen meine ich Ripple, WeChain und Ethereum. Ich versuche das Ganze wie immer so kurz und knapp wie möglich zusammenzufassen und euch die wichtigsten Punkte aufzuzeigen, damit ihr immer up-to-date seid und keine Neuigkeiten in der Zukunft mehr verpasst. Ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Schlagzeile und der ersten Kryptowährung, WeChain. Im Anschluss dann Ethereum und zu guter Letzt Ripple mit sogar ganzen zwei Schlagzeilen bzw. Partnerschaften. Ubitquity, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat eine Partnerschaft mit WeChain angekündigt und wird in Kürze ein Produkt auf WeChain Tor auf den Markt bringen. Dies kommt nur wenige Wochen, nachdem das Unternehmen Aeroporia, eine Blockchain-Plattform für die Luftfahrtindustrie, in der Ethereum-Blockchain mit Plänen zur Integration von WeChain gestartet hat. Also, Ubitquity, ein Blockchain-Plattformanbieter, ist eine Partnerschaft mit WeChain eingegangen. Das Unternehmen beabsichtigt damit, neue Produkte und Dienstleistungen in der WeChain-Blockchain einzuführen, die dazu fähig werden, auf die globale Immobilienindustrie skaliert zu werden. Wer sich an dieser Stelle fragt, was für ein Unternehmen jetzt Ubitquity eigentlich so ist, für den habe ich natürlich auch eine Antwort. Ubitquity ist ein Unternehmen, welches sich darauf spezialisiert hat, andere Unternehmen an die Blockchain-Technologie heranzuführen. In diesem Rahmen nimmt es Einstellungen vor, sodass deren Klienten entsprechende Programme zur Verfügung gestellt werden, und zwar sogenannte APIs. Ein API, also Application Programming Interface, ist ein Programm oder eine Funktion, die es einem Klienten ermöglicht, seine Daten einzugeben und in der Blockchain zu speichern. Es ermöglicht auch eine Prüfung aller Datensätze, die bereits schon gespeichert sind. Ubitquity teilte weitere Details über einen Blogbeitrag mit. Gründer und CEO Nathan Rosnack brachte seinen Optimismus zum Ausdruck, dass die Partnerschaften beide Unternehmen voranbringen wird. Er kommentierte, Ubitquity ist stolz darauf, mit einem so angesehenen und zukunftsorientierten Unternehmen wie WeChain zusammenzuarbeiten, das bei der Einführung von Blockchain-Technologien in Unternehmen an vorderster Front steht. Ubitquity wird eine Lösung für seine langjährigen Kunden implementieren. Rainier Titel ist einer der ersten Kunden in der Immobilienindustrie, die mit Ubitquity zusammen Blockchain anwenden werden. Die beiden arbeiten bereits seit letztem August zusammen, wobei der Schwerpunkt auf der Verwendung von Blockchain in den Immobilientiteln und Treuhanddiensten lag. Rainier Titel habe ich mir für euch natürlich auch angeguckt. Das ist nämlich ein Unternehmen der Immobilienbranche, welches nahezu alle Services anbietet, die man sich vorstellen kann. Alle natürlich in Bezug auf Zahlungen etc. Laut der eigenen Seite hat dieses Unternehmen 1200 jungen Familien dabei geholfen, ein Zuhause zu kaufen, 1300 Senioren dabei geholfen, ihre Pensionsfonds aufzubauen und weiteres. Das Ganze im letzten Jahr. Ihr merkt, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Ubitquity bietet jetzt diesem Unternehmen die Möglichkeit der Ausgabe von tokenisierter Immobilientitel an. Die Token ermöglicht es, Rainier Kunden fraktionierte Immobilien-Eigentumsmöglichkeiten zu nutzen, also quasi Gebäudeteilen eine Identität zu geben und so diese zu verwalten. Ich denke mal, das ist eine sehr gute Schlagzeile, denn WeChain macht zur Zeit echt vieles richtig. Es arbeitet mit sehr vielen Unternehmen aus fast allen Branchen zusammen und das wirft natürlich gutes Licht auf das Unternehmen. Von WeChain gehen wir rüber zu Ethereum. Visa hat kürzlich eine wichtige Nachricht angekündigt, die die Abwicklung von Kryptowährungstransaktionen in seinem Netzwerk ermöglicht. Dabei wird das Unternehmen das erste in der Branche sein, das die Lücke zwischen digitalen und traditionellen Fiat-Währungen schließt. Um jetzt eine Transaktion mit Visa über Ethereum abzuwickeln, ist die Verwendung von USD-Coin jetzt erlaubt. Der führende Kartenaussteller zielt darauf ab, diese USDC-Abrechnungsfähigkeit noch in diesem Jahr mehr Partnern anzubieten. Schreibt euch das Ganze einfach mal vor. Insbesondere pilotiert es die Funktion mit Crypto.com, einem Visa-Partner und einer der größten Crypto-Plattformen der Welt. Visa arbeitet auch mit Anchorage zusammen, einem exklusiven Visa-Partner für die Abwicklung digitaler Währungen. Und das Unternehmen startete ein Pilotprojekt, das es Crypto.com ermöglicht, USDC an Visa zu senden, um einen Teil seiner Verpflichtung für das Crypto.com Visa-Kartenprogramm zu erfüllen. Dieser Meilenstein bedeutet auch die zunehmende Akzeptanz von digitalen Währungen durch die traditionelle Mainstream-Finanzindustrie. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass Visa seit einiger Zeit den wachsenden Bedarf von Fintechs bei der Verwendung ihrer Unternehmen erfüllt. Diese strategische Aktion jetzt hier steht natürlich im Einklang mit ihrem Engagement, sich dafür einzusetzen. Ja Leute, mit diesem Schritt besteht keine Notwendigkeit mehr, digitale Münzen in traditionelles Geld umzuwandeln, um eine Transaktion zu realisieren, sondern das Ganze läuft ganz automatisch ab. Natürlich hilft jetzt natürlich Visa auch die Nutzung seiner breiten globalen Präsenz, seiner Allianzen und seines vertrauenswürdigen Rufs. Damit plant das Unternehmen, Kryptowährungen sicherer und sicherer zu machen. Ich kann jetzt auch endlich die Ripple-Fans erlösen, die auf ihre Schlagzeilen warten. Ripple hat zwei neue Partnerschaften an Land gezogen und die stelle ich euch jetzt vor. Ripple hat eine Partnerschaft mit Xago und Mercury für Südafrikas EFVG-Sandbox ausgewählt. Mercury FX ist einer der langjährigen Partner von Ripple und ein produktiver Nutzer der auf XRP basierten On-Demand-Liquidity-Zahlungslösung. Mercury wurde zusammen mit einem anderen Ripple-Partner, Xago Technologies, in der regulatorischen Sandbox der südafrikanischen zwischenstaatlichen Fintech-Arbeitsgruppe aufgenommen. Puh, okay, das war jetzt ein Lauf. Die Ankündigungen wurden gestern gemacht und Ripple hob hervor, dass 50 Unternehmen sich bereits beworben hatten, Teil der ersten regulatorischen Sandbox des Landes zu sein. Die Sandbox selbst ist so konzipiert, dass sie es verschiedenen Marktinnovatoren ermöglicht, verschiedene neue Dienstleistungen und Produkte im eigenen Umfeld zu testen, welche die rechtlichen Grenzen der laufenden Vorschriften innerhalb des eigenen Landes überschreitet. Natürlich ist auch die zuständige Regulationsbehörde für die Überwachung der gesamten Veranstaltung verantwortlich. Das Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, Innovationen auf den Finanzmärkten Südafrikas, insbesondere im Fintech-Bereich, zu fördern. Ripple hat hier angebracht, dass es in der Region schneller wäre, Geld auf dem Luftweg zu verschicken, als es durch eine ausländische Leitung zu bewegen. Ripple möchte hier natürlich helfen. Helfen wird auch die nachfolgende Schlagzeile Ripple. Als Anbieter von Blockchain-Lösungen für Unternehmen hat Ripple die Übernahme des asiatischen Spezialisten für grenzüberschreitende Zahlungen Tranglo angekündigt. Und das zu 40%. Diese Partnerschaft wird es Ripple ermöglichen, die wachsende Kundennachfrage in der Region zu befriedigen und die Reichweite von On-Demand-Liquidity zu erweitern, die gleichzeitig aber auch XRP nutzt, um sofort Geld zu senden und den Bedarf an Betriebskapital zu reduzieren. Tranglo wird seine aktuelle Zahlungsdienste weiterhin anbieten und erweitern, um grenzüberschreitende Transaktionen für seine Kunden schneller, billiger und sicherer zu machen. Ihr müsst eins wissen, Südasiens Zahlungslandschaft ist sehr fragmentiert. Jedes Land dort verfügt über einen einzigartigen Zahlungsprozess und eine eigene Zahlungsinfrastruktur. Das Fehlen einer Standardintegration für regionale und grenzüberschreitende Zahlungen erfordert derzeit teure Walkarounds. In dieser Partnerschaft werden beide Unternehmen ihre fundierten lokalen Expertisen bündeln und die Herausforderungen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Zahlungen angehen. Mich würde eine Sache brennend interessieren. Wie ist eure Einschätzung? Also was glaubt ihr? Werden solche Partnerschaften, also einzelne Partnerschaften, den Wert von XRP irgendwann steigern? Oder meint ihr, dass erst das Paket an Partnerschaften irgendwann einen großen Einfluss auf den Preis von XRP haben werden? Bezieht dabei aber bitte nicht das Gerichtsverfahren mit ein. Stellt euch vor, das Gerichtsverfahren wäre gewonnen. Würde dann XRP bei solchen Nachrichten spiken? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. So soll es sein, Freunde. Ich bin durch mit meinem Content. Freuen würde ich mich riesig, wenn ich euch oder dich beim nächsten Video wieder begrüßen dürfte. An dieser Stelle wünsche ich euch, dass eure Wallet aus allen Nieten platzt und noch sonnig großer Tage. Macht's gut und bis bald.